Mein Name ist Ilona Selke, international Bestseller-Autorin von Büchern über Quantenbewusstsein, dem holographischen Universum und Delfinbewusstsein. Ich werde demnächst, Anfang November, ein neues Buch hier in Deutschland veröffentlichen. Es heißt Schlüssel zum Universum. Entdecken Sie die Kraft Ihres Quantenbewusstseins. Ich möchte Sie einladen, hier an meiner Buchveröffentlichungskampagne teilzunehmen, indem Sie sich hier eintragen. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und erhalten Sie von mir kostenlos eine Meditations-App, mit der Sie Ihren Tag vorbereiten können und Ihren Abend beenden können. So setzen Sie jetzt schon die Quantenkraft Ihres Bewusstseins ein. Und dann, zu Anfang November, schicke ich Ihnen einen speziellen Link, wo Sie das Buch dann um den 11. November für 99 Cent erhalten können. Nur an dem einen Tag, an dem ich Ihnen dann den Link schicke. Also schreiben Sie sich jetzt hier ein und ich schicke Ihnen zwei Geschenke. Die App und den Link zu dem Buch für 99 Cent. Ich danke Ihnen für die Teilnahme, Ihre Unterstützung und ich freue mich, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Namaste. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.